Ich gebe euch einen Tipp in der Chat, was ich gemacht habe. Ob ihr es machen wollt, müsst ihr wissen. Ich habe jetzt nochmal eine Million investiert. Weil es kann natürlich sein, dass jetzt morgen oder die Tage was kommt. Besonders die 87er fand ich sehr, sehr lukrativ. Also ich, warte mal, ob man sich zeigen kann. Besonders die 87er habe ich investiert. Ich habe von jedem einmal jetzt einen geholt. Vielleicht mache ich nochmal eine Kandidatenliste voll. Aber ich habe von jedem einmal einen geholt. Ich bin 87er, auch für ein paar 85er habe ich geholt. Also ich finde den Preis ganz gut bei den 87er. Deswegen, wenn jetzt die Tage wieder was kommt. Ich mache jetzt, denke ich, noch meine Kandidatenliste voll. Meine Eupholios habe ich auch nochmal voll gemacht. Also die Preise sind jetzt nicht schlecht, um zu investieren. Wer investieren möchte. Ja, dann hole ich einen Frisch, wenn ich den so kaufe. Dann hole ich mir einen Frischen. Zack. Ja, Ederson, den Crackhat, den. Aber gehen wir ab, kommen alles für den Content, Jungs. Alles für den Content. Let's go. Oh, der Pferdeschwanz-Kopf ist am Start, Jungs. Wisst ihr noch, der hat immer so einen kleinen Pferdeschwanz gehabt in FIFA. Mal gucken, ob der den immer noch hat. Den hat er immer noch, oder, Chad? Diesen kleinen Pferdeschwanz hinten. Der Cracky. Ob der den ingame hat? Mal schauen. Ingame hat der den nicht mehr, oder was? Doch, müsste doch. Doch, der hat den immer noch. Guck mal. Immer noch so einen kleinen Pferdeschwanz hinten. Bester Mann, ich höre es dir. Eigentlich, was passiert eigentlich mit einer Transzitiker? Dann geht das doch der Heck ab, oder nicht? Weil es so dünn ist. Das sind doch vielleicht maximal 20 Haare oder so. Wenn einer dran zieht, ist das direkt ab, das Ding. Aber ich kaufe ihn jetzt einfach. Let's go. Lukas Moura. Der günstige Pelé. Ich meine, wenn du einen Vergleich hättest. Vergleicht ihn mal. Der hat fast so ähnliche Werte. Vielleicht wie Pelé, Jungs. Vielleicht schießen schlechter. Aber auch 5-4. Die günstige Version von Pelé, eventuell. So, Jungs. Für diejenigen, die jetzt erst eingeschaltet haben. Das ist das Team, mit dem wir heute reingehen. Wir haben, ja, drei neue Spieler eigentlich. Wir haben Sambia geholt. Ihr wisst, ich spiele momentan die 4-4-2 mit offensiven Außenverteidiger. Und der sieht wirklich dafür gemacht aus. Mittel, Mittel. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. 5-stellige Skills, 4-stellige Weakfoot. Stats. Alter, Hooded Gang. Also, sieht schon krank aus. Ich bin gespannt. Kostet nur 110.000. Wir haben Palastus gemacht. Mit seinen Pferdeschwänzchen. Ja, oder Rattenschwänzchen. Schauen wir mal, ob der gut ist. Er könnte mein Spielertyp sein. 95 Stripling ist ja eigentlich so mein Spielertyp. Er ist, glaube ich, auch nicht so groß, ne? 1,76. Und wir haben heute mal den günstigen Pelé geholt. So nenne ich ihn mal. Lucas Moura, Food Birthday. Hat sehr ähnliches Sets, glaube ich, zu Pelé. Schauen wir mal, was er so drauf hat. Ich werde, denke ich, einen Doppelsturm mit Ronaldo spielen. Den Rest kennt ihr. Ja, Rabiot kriegt heute auch nochmal eine Chance. Und Pauly ist auf der Bank. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Oh mein Gott, Digga. Da ist echt so ein Cracker-Team. Bei? Ronaldo, Mann. So wichtig. Ist mir egal, Chat, dass du lucky war. Ronaldo. Fucking Ronaldo, Mann. Alter, am Ende des Tages, Chat, sag ich nur, es ist... There's only one King in this game. Komm, Palastro. Pays for days. So stark gemacht, Digga. Palastro, zeig dein Schwänzchen hier. Oh mein Gott, Digga. Was eine Maschine. Alter, so beweglich. Oh, finish doch. Lucas Moura. Nein, dein Finish. Junge, ist der machbar mit Captain Zubasa oder bei FIFA-Chat? Junge, was macht der? Der springt einfach komplett über ihn hoch, Digga. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Chat. Das sieht irgendwie ein bisschen so wie Free-to-Play aus. Come on, Adinho Das ist wichtig, Mann Oh, Lukas Mora, Mann Das war so ein easy finish Komm, Lukas Zambia Wunderschön Wunderschön, Jungs Wunderschön Palacio Finish Oh, mein Bitte Zambia, Alter Zambia, Junge Wer hat gesagt, der Shit Der ist ultras gut bis jetzt Oh, er hat auch Palacios gemacht Robin Interessant, das Team Palacios So gut, ey, Junge Nein, komm, komm Ja, Schavi, Mann So gut, Schavi, Alter Ey, was ist heute los mit dem Schavi, ey? Oder ist er gestern? Oh, Shit, Digga Roll it Im Papier Ne, immer, okay Das wird schwitzig, Shit Komm, Alter Wie schlecht Komm, hol Kein Antritt Oh, Mann So schlecht, Lukas Ey, ich will Lukas Mora Das Müll, Shit Ey, Mann, Lukas, Alter Nein, Lukas Palacios, bitte Oh, ich habe vergessen, dass er drei Sterne Bigfoot hat Ronaldo, bitte Ey, Mann Das ist so ein Witz, das Spiel, Digga Das ist so, wirklich, das ist ein Witz Der erste nächste Gegner Ja, Enter God Mode Das gibt's nicht Wichtig, so wichtig, stark gemacht Komm Ja, so Glück, Alter Aber so gebeten Ey, das war gut gemacht von Lukas Ich hatte aber voll Glück gehabt, Digga Ja, das ist kein Abseits Let's go, Mann Ach, du Scheiße, Mann What the fuck Empapé wieder am Start Perfekt Junge Außenverteidiger ist so gut, das haben wir Ich schwöre es dir Scheiße, Mann Aufgerissen Gut gespielt von ihm Hey, Mann Dieser Empapé, Mann Das ist so ein Klitsch, Digga Der klitscht sich irgendwie immer durch Dieser Scheiße, Empapé Abseits, muss Ist kein Abseits Ey, was ist dieser Empapé, Mann Ach, Goldkarten-Team Bitte kein E-Sportler Stark, komm Oh mein, ey, ich schwöre es dir mal rum Ey, muss ich so wirklich Immer so viel machen für den Tormann Digga, ey, was muss ich für ein perfektes Tormann Ey, ich muss deine Eier in den Mund nehmen, oder was Wieder abgefloggt, autoblock, autoblock Hier, keiner geht hier von meinen scheißuhrenspieler hin Alter, Junge, ich schwöre es dir Es ist so lächerlich Guck mal, dann kriege ich so ein Dreisball Wenn belohnt, Digga, Mann Nichts wirklich, das nervt mich so extrem Ich habe nur längst zwei Tore verdient gehabt Nee, scheiß Spiel Ich habe mir Elastiko gemacht Macht ja natürlich wieder nicht, der Bastard Danke, Mann Du Idiotensohn Abseits Das ist kein Abseits Nee, Jungs, ey, es macht gar keinen Spaß mehr Nein, es gibt kein Momentum im Spiel Nein, es gibt kein Momentum Ja, wahrscheinlich, ey Nur so Schwitze, Alter Ein Schwitze nach dem anderen kommt dann, ey Ja, was soll ich machen? Der Zambia ist der Beste von allen Dieser Zambia ist wirklich geisteskrank Den kann ich nur empfehlen, Schatz Zambia Danke, Lukas Mura Danke dir Vielen Dank Danke dir, mein Freund Danke Mach ihn Maschine Danke dir Ah, Palacius, danke, man. Natürlich, natürlich. Ich steh... Alter. Drei Schüsse hast du gehabt. Ich hab 100 Schüsse gehabt in dem Spiel. Ja, Beckham, feier ich. Palacio, Alter, wirklich, wirklich, Jungs. Von mir geht er in Goldshed. Der hat aber mit Abstand heute der Beste vorne. Natürlich, Digger. Ich muss mir gefühlt wirklich wieder anders spielen, um zu gewinnen, Alter. Ey, habt ihr es gesehen, Chat? Das kann nicht mehr sein, was hier passiert, Chat? Das kann nicht mehr sein, was hier passiert, Chat? Oh mein Gott, Digger. Für den Rekord. Ich bin noch online. Wirklich, das ist unglaublich. Drei Mal sind die Server... Und jetzt hat es mich erwischt. Und ich komm straight rein. Guck, straight rein. Das liegt bestimmt an mein Internet. Ne? An meinen Internet, sag ich, Esports jetzt. Das liegt an deinem Internet. Nein, ich komm straight rein. Ich war noch online. Ich bin nicht einmal offline gewesen. Okay. Ganz kurze Teambewertung, Jungs. Ähm, Zambia. Top. Wirklich, mit einer der besten Rechtswerte, die ich im Spiel gespielt habe für den Preis. Besonders, wenn du in Offensiv spielst. Geisteskrank. Palacio, würde ich auch sagen. Lohnt sich auf jeden Fall. War mit der einzige Gute heute vorne. Wirklich mit der einzige Gute. Der Rest war Müll. Lukas Mura würde ich nicht mal für 3.000 spielen, Chat. Ich glaub, ich würde nicht mal geschenkt spielen. Ich fand ihn so schlecht, Jungs. Der war geisteskrank schlecht für den Preis. Auch wenn er jetzt hier 5 Tore für den Vorlagen hat. Und ja. Kann er sagen. Damit bin ich raus. Und Rabio ist auch Schrott für mich. Rabio auch nicht machen, Jungs. Unbimmig als fuck. Das Spiel ist gebrochen, EA Sports. Das Spiel ist gebrochen. Ich verliere jedes Spiel. Wieder. Wieder. 20.000 Tore. Zero Tore. Jeder Spiel. Jeder Spiel. Ich hab das Pulse 20 Mal. Ich hab genug. 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 Ich hab genug.